Guten Tag, ich heiße Andreas Haltmann und bin Ihr Außendienstler. Ich sende Ihnen viele Grüße aus der Schweiz an unsere Verarbeiter und Handwerker. Sie alle kennen unsere Produkte Superwand, Superwand DS. Ich möchte Ihnen heute anlässlich der Schlaumesse unsere neuen Produkte vorstellen, dass einmal die Superwand Pro eine Weiterentwicklung, völlig stabil, völlig hart, druckstabil und lässt sich auch nicht mehr wie bisher so leicht durchbiegen. Das nächste neuere, was wir anlässlich der Schlaumesse haben, ist unser neuer Kleber. Eine spezielle, für Sie entwickelte Dispersionsklebergeschichte, dass der wirklich in 24 Stunden bei Ihnen abgebunden hat. Also nicht mehr wie bisher drei, vier Tage warten müssen. Und was ganz frisch ist und ein Riesenthema für 2020, 2021 werden wird, ist die Radon-Sanierung. Radon ist, wie Sie wissen, ein Gas, was zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Wir haben zusammen mit einer Partnerfirma einen kompletten Aufbau entwickelt, sodass Sie auch nicht nur Erdgeschoss, sondern auch im mehrgeschossigen Bereich Ihre Wohnung schützen können, sich schützen können. Dazu gibt es auch aktuelle Karten, wo besonders viel Radon auftritt. Und dafür haben wir für Sie, für Ihre Kunden ein komplettes, fertiges Sanierungskonzept erarbeitet. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Tag.